Herzlich Willkommen zu WWE 2K15, einem neuen Let's Play und zwar erstmal mit Meine Karriere, bald folgt noch mit einem Kollegen WWE WWE 2K15 Universe Mode Aber dafür müssen wir erstmal Vorbereitungen treffen und heute fangen wir mit My Carriere, also Meine Karriere Und wir spielen natürlich auf dem PC, das Spiel ist jetzt zum Glück auf dem PC erschienen Ich hab nur kurz was gemacht, deswegen stellen wir an, ich hab nur mal kurz reingeguckt Und geguckt, ob man einen Superstar implementieren kann, das kann man, ja man sich fragt jetzt schon Ja, ich möchte ihn löschen und zwar möchte ich ihn importieren und zwar Danny Taylor Ja, den Way hab ich mal so aus Spaß gemacht, den Danny Taylor nehmen wir jetzt, der wird sogar so vom Ansprecher genannt Das ist voll witzig und so, ne, den nehmen wir jetzt und wir legen direkt los Ich wollte jetzt nicht unbedingt zeigen, wie ich den Superstar erstelle, das ist ja meistens nicht so spannend Ich hätte vielleicht mal so zeigen können, aber ich denke, ihr seht den gleich so, wie ihr gesehen habt, der ist maskiert Und ich freu mich auf dieses Projekt, ich bin jetzt schon seit, boah, weiß ich nicht wie vielen Jahren, Wrestling Fan Ich verfolge das regelmäßig, ich gucke mir ja zwar manchmal nicht, jeder, ich halte die Fresse Willkommen zu den NXT Tryouts Mein Name ist Bill DeMott und ich bin der Head Trainer von NXT Als du auf der Applikation hast, haben wir nur einen Tag von Open Tryouts dieses Jahr Das ist deine einzige Chance Wir werden heute heute ein W.W.A. kontraktieren, basiert auf deine Leistung Das kriege ich hin Aha, wir sind dran und da habt ihr die Figur schon mal ein bisschen gesehen Wunderschön, der Kerl Ne, ich finde, ich habe schon einigermaßen den Willkommen einzuhaben, der auch in der W.W.E. kämpfen könnte Ähm Und ja, wir sind jetzt dran, also ich verfolge schon W.W.E. seit, das weiß ich nicht, wie viele Jahren Guckt mir ja eigentlich meistens jede Woche schon und erst mal voll in die Fresse Äh, allerdings auch ein A-Move-Set war übernommen, sehr gut Äh, allerdings auch nicht immer, weil die oftmals auch mal gleichen Aber ich bin immer auf dem Laufenden Und Erstmal verfolgt und richtig schön Man kann schon ungefähr ahnen, in welche Richtung wir gehen Als Kämpfer Ich bin jetzt nicht auf Stärke, sondern Äh, eher so Adrian Neville mäßig Bounce Und Nochmal in your face, Digga So, nochmal Haha Einfach mal die ganze Zeit, so ein Insel Giri in die Fresse Tut gar nicht weh, der wehrt sich auch nicht Ähm, wir fangen jetzt erstmal, doch, der wehrt sich Wir fangen erstmal auf der Schwierigkeit normal an, aber ich kann natürlich immer wieder höher stellen Sehr schön Ja, man ist am Anfang noch so richtig langsam Also so richtig langsam Was, äh, schon was, fast ein bisschen weh tut Das ist alles zu sehen, aber Ja, wir können natürlich auch mal unser Style so während Wenn wir mal aufsteigen, irgendwann ändern Und ihr, was passiert da gerade? Ähm, yo Der denkt sich auch Spasti Sehr schön Jawohl Und nochmal ins Gesicht Und Äh, werde ich Werde ich Nein, nein Kein Words of Jericho Und da ist der Words of Jericho Kann ich übernehmen? Nicht aufgeben Ey Komm Was, Alter, das war jetzt Weißt du Der erste Move, den der Typ da macht Kann er mal loslassen Hallo Oh, Bill Demond musste den Typen direkt schlagen Toll, hängt ja gut an Toll, Alter, den hauen wir jetzt mal aufs Maul Was ist denn los mit dem Jungen Der kann es ja immer noch nicht lassen Hat sich ja richtig gut präsentiert, der Jungen Bill Demond Der, glaube ich, in echt mittlerweile aufgehört hat Das zu machen Was er da gerade tut Ich glaube, mittlerweile macht er Tenzai Glaube ich zwei Tage später Ich glaube, ich weiß, dass die Dinge ein bisschen verrückt haben Aber ich will euch wissen, dass ihr sehr beeindruckt habt Danke Natürlich, wen sonst, jetzt mal ehrlich Und wir Unterschreiben natürlich Es ist mir eine große Ehre, dir die Position eines WWE Superstars anbieten zu können Mail dich beim COO Triple H Dem General Manager Vicky Guerrero Und dem General Manager von NXT William Regal Du musst ihnen Anweisungen Du musst Ihren Anweisungen immer Folgen leisten Sonst bist du raus Danke Dieses Angebot berücksichtigt das geltende Arbeitsrecht Einstellungsdatum 1.04.2015 Stellenbeschreibung WWE Superstars Bezahlung 1250 Dollar die Woche Pro Woche oder was auch immer VC, weiß ich nicht Ist wahrscheinlich was ausgedachtes Aber Wir wurden angenommen Und ja Beginnt da Ich glaube, ab jetzt beginnt das das richtig Aber erstmal William Regal Der sich zu Wort meldet Und zwar Herzlichen Glückwunsch Zu deinem WWE Vertrag Danny Taylor Das sind meine ersten Vornamen Sind echt meine ersten beiden Vornamen Aber das war der einfache Teil Du musst ein paar Matches Im Performance Center bestreiten Nimm mal Da kriegen wir hin Sobald Bill Demoth Dich für bereit erklärt Bekommst du deine Chance Im NXT Warster Und du kannst beweisen Was du drauf hast Gewinne deine Matches Sammle TP Und steigere deine Eigenschaften Dann müsst du Hand umdrehen Im Haupt Warster Ja Wenn es so leicht wäre Bill Demoth Das Wichtigste ist Kräftig zu werden Du solltest Am besten deine Eigenschaften verbessern Zuerst erfährst du Wie du Eigenschaften verbessernst Weder dazu Eigenschaften Wow Titus O'Neill Ja Der ist ja auch so gut Eigenschaften machen Einen seltenen Superstar Stärker Bla 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 So wir haben 2000 TP Punkte Zum Ausgeben Das ist ja auch Unfucking Ja ist halt Voll geil Und so Erzähligkeit ist Eigentlich immer ganz gut Neun Wir gehen mal Hier jeweils Auf 50 Und hier auf 45 Die Performance Center Matches Das weiß ich von dem anderen Von was ich mir schon mal angeguckt habe Ähm Ich muss auch mit der Musik gucken Boah Ich hoffe Da wird von der GEMA Nicht sofort gesperrt Oder so Sonst darf ich das alles nochmal machen Yay Ähm Griff Tempo Auf jeden Fall höher Angriff Tempo ist eigentlich bei dem Typen extrem wichtig Agilität genauso Wir gehen mal direkt auf 70 Stärke Gehen wir mal so Ausdauer Ja Braucht die Figur Einfach Performance Center Matches Ähm Werden wir gleich sehen Kann aber sein Dass ich die offline mache Obwohl ich dann gar nicht Nichts Schadens Oh wir haben nicht mehr so Da dürfte nicht so hoch gehen Äh Schwung Da kriegen wir einen Finisher schneller Wenn das relativ hoch ist 10 Punkte kostet das Das ist 7 Die gehen wir trotzdem mal auf 50 Also ich möchte einen relativ beweglichen Und Technik Basierten Superstar haben Bisschen so wie Adrian Neville Beziehungsweise Finn Bella Das muss erstmal nicht so hoch sein Griffe sollen schon Wehtun Laufdinger Auf jeden Fall bei mir Weil ich die sehr gerne nutze Ähm Objektoffensive brauchen wir Sprungreichweite brauchen wir Genauso wie Sprungoffensive Ähm Frage ist Wo packen wir den Rest rein Bewegungstempo Okay Können wir erstmal auf 65 hoch gehen Den Rest stecke ich in In die Kraft hier jeweils Rein So Das passt erstmal Ja Möchtest du bestätigen Buildiemot Du hast deine ersten Eigenschaften verbessert Je mehr Matches du gewinnst Desto mehr TP sammelst du In den weiteren Matches Werden wir dir zeigen Wie man im Match am besten TP verdient Du kannst Du hast deinen Superstar verbessert Verbessert und gelangst nur zu deinem Nächsten Indem du nächstes Event Okay Dann drücken wir mal nächstes Event Wo steht's denn Ah Okay Ich spiel mit einem Xbox 360 Controller Der easiest way to earn SP Is simply by winning a match Wow In this match I want you to focus on beating your opponent With strikes and holds Ja Hab's verstanden Wir sollen durch Pinfall und so gewinnen Ah El Hondero Cooler Name Bounce In your face Alter war das laut Gerade der Typ Bam Voll der Stief von Evan Bourne Hier mit den Füßen da Das hat der Evan Bourne Und bei Lucha Underground Hat der Ähnlichkeit mit Ich weiß mehr Den Freund von Johnny Mundo Bam So natürlich wollen wir dieses Match hier gewinnen Und es geht direkt ins Cat Wrestling Eins der neuen Features hier Ja toll Und der hat direkt den richtigen Punkt gefunden Da geht's darum den richtigen Punkt zu finden Und dann erstmal da bleiben Mit dem rechten Stick Und das geht immer so lange Bis dann irgendwer gewonnen hat Und das dürften Ne Noch einmal Wir sein Zack In your face Das ist sehr geil Weil das ein bisschen mehr Technik ins Spiel bringt Was sehr wichtig ist Bill D-Mod Sei mal leise Bam Ausgewichen Sehr gut Mein Lieblings WWE Superstar ist im Übrigen Oder mittlerweile ist der nicht mehr da Ist Web Mysterio Ich fand den immer sehr gut Weil der halt der erste war Der so ungefähr Diesen Highflyer Ähm Den hat er Diesen Highflyer Äh Stil Den ich Sehr feier Aber erstmal Prüge mal den Typen hier zurecht Könnt ja mal einen Pinversuch machen Hier im Performance Center Okay schade Ja und hier im Performance Center Das sind halt einfach so Matches Die machst du um deine TP Um deine Um mehr Eigenschaftenpunkte zu kriegen Weißt du So wollen wir nochmal direkt zeigen Was wir können Indem wir Zack Den Typen von oben runter steuern Und wie gesagt Wir fangen Wir spielen erstmal auf normal Aber ich kann es ja noch alles schwerer machen Das ist ja alles kein Ding Und ja Bam Aber manchmal habe ich auf normal Manchmal auch noch so meine Tücken Aber Du weißt Wir haben wir auf normal brauchen Auf jeden Fall haben wir jetzt hier gerade Gegen Elhorn Derro Keine Probleme Und gleich kann ich euch Vielleicht schon meinen Relativ coolen Sub Äh Signature Move zeigen Bam Der Elhorn Derro hat hier keine Chance Und ich würde sagen Warum Wer jubelt hier eigentlich Schauen wir uns über den Bildschirm dazu Oder was machen die gerade Kann man die Leute rausschicken Nein Ah ja Sollte es mal vereinzelt Zu Lex kommen Dann tut mir das leid Boah alter Wie langsam man tritt So richtig Zeitlupen mäßig Aber ich hab halt Der ist Aber ich hab halt Keinen PC Der Ich hab einen guten PC Aber jetzt kein Hightech PC Sag ich mal Weiße So der muss in der Ecke Ne nicht da hin Bam Powerslam Als Einen Dings Haben wir als Eins Signature Move Haben wir den Side Effect Von Matt Hardy Den will ich aber gerade gar nicht machen Ich möchte den cooleren machen Ja lad die Ausdauer hoch Sonst klappt der Finisher nicht Und zwar Nein Ich kann nicht machen Ich kann nicht machen Komm Boah die Ausdauer Die ist echt manchmal so ein bisschen Hallo Ja Ähm Hä der geht doch so Hab ich vielleicht noch keinen zweiten Signature oder so Ja toll Danke Hä Achso Der hat mein Moveset Was ich selbst schon erstellt Hat nicht übernommen Hä Doch Die Mantel Hä Die Attacken die ich doch bis jetzt hab Sind alle richtig Was sind das für ein Scheiß Keine Ahnung Ja Wunderschöner Signature Move Echt Und jetzt machen wir erstmal Einen geladenen Finisher Das war jetzt schon ein bisschen peinlich Hat ja super funktioniert Bam Der geht ja wenigstens als Finisher Und jetzt machen wir einen Power Pin Und dann sollten wir gewonnen haben Und so sieht's aus Ah Bestimmt eine Ringglocke hier 100% NXT Wett Ja ein 4 Sterne Match Hin und her 200 Signature Einsatz 2000 Match Gesamt Haben wir jetzt 5000 Punkte bekommen Ne 200 Leider nur schade Ähm Ich dachte schon Wäre egal gewesen Ähm Charakter Yeah Sind wirklich die Musik immer so Moveset Wird mir interessiert Er hat er übernommen Oder nicht Eine Einzige und so Hatte ich nämlich auch schon alles gemacht Ich hoffe Der hat eigentlich alles Implement Also alles hinzugenommen Aber vielleicht hat er das auch nicht Oh Gott Ich mach mir grad richtig Sorgen Wie eine Gamer Special Moves Special Moves Ne Das sind nicht die richtigen Ähm Einmal Side Oh fuck Side Ich mein aber die Musik ist ja richtig geil Aber Meistens die gute Musik von der Gamer Ich beschütze Und ich denke das ist ja auch so Äh ich weiß gar nicht mehr welchen ich hatte Und hier hatte ich den äh Wie hieß der hier Soda Plunge In echt heißt der Pepsi Plunge Der von Oh Ups Der von Äh wie heißt denn der CM Punk Den er damals in seiner AOH Side hatte Den finde ich Ziemlich geil Soda Plunge Wo ist er denn Boah Yeah Alles mit S Boah Der Ist einfach nicht da Wie viele Moves mit S Gibt es denn Ich bin jetzt im Übrigen keiner Der sich so Total mit dem Moves auskennt Und so alles Also ich weiß es nicht wie jeder Moves heißt Alter wo ist der Müsst du irgendwo Hä Müsst du irgendwo hier sein Warum ist der nicht da Warte mal eben Ähm Ich suchte mal eben Einen Moment Haben gefunden Da ist er Der Soda Plunge Pedigree von Ähm Von oben halt Und hier nehmen wir Habe ich auch Weiß ich auch schon Habe ich ja eigentlich alles schon mal gemacht Aber ich frage mich warum der Rest richtig ist Ne Ich muss auf den Gegner runterjumpen Was Die Special Moves Was sind Special Moves Habe ich wahrscheinlich schon wieder übersprungen War Immer Immer Hä Hä Kannst du mich natzen Finisher Ne Nicht Arme Nicht Körper Nicht Beine Nicht neu Stehen vor Gegner Hinter dem Gegner Am Boden Oberkörper Nein Am Boden Seitlich Nein Ecke Ecke vorn Nein Ecke hinten Nein Ecke sitzen Nein Nein Darf ich nicht auf den Gegner runterspringen Oder was ist los Ach das kann sein Ja ich das noch nicht darf Weil meine Figur ja noch so Nicht mal oben drauf kommt So schlecht wie die am Anfang sind Wahrscheinlich Ähm Dann wählen wir uns doch mal eben Auch schon wieder was mit S Äh wo ist er denn Den Shiranui aus Beziehungsweise Seth Walker Weil Ich glaube der Seth Walker Hat mir besser gefallen vom Aussehen her Da musst du relativ weit oben sein Da musst du doch SE Der müsste dann Hier sein Wollte mich nach sind jetzt mal ehrlich Was ist denn los mit dem Ne der Shiranui Ach nehme ich halt erstmal den Shiranui Ist ja auch scheißegal So Dann passt das Was ist eine Geburt Ja die Folge war ziemlich durcheinander Ähm Kann man so sagen Aber was ist in der nächsten Folge passiert Ja das Seht ihr in der nächsten Folge Was ein Wunder ne Ciao